Was ist Heimat? Die einen werden sagen, der Kiez oder das Dorf, in dem ich wohne. Andere finden ihre Heimat in der Familie und wieder andere wähnen die Heimat im Wanderverein oder in ihrem Fußballclub. Und was hat das alles nun mit Bundesinnenminister Seehofer zu tun, der nun auch Bundesheimatminister ist? Nichts. CDU, CSU meinen auch nicht die Heimat in ihrer Vielfalt, sondern in deutscher nationaler Einfalt. Und das braucht keiner.